Seh ihr euch jetzt kostet gleich noch? Wer ist eigentlich hier? Nö! Falsch! Wow! Ich dachte, ich dachte, er macht sich. Oh! Ach so! Hat mal den hier! Das stimmt sogar! Super! Das ist eine gute Idee, oder? Das ist eine gute Idee! Ich bin so cool! Das ist sehr gut! Ja! Oh, das ist ein Grinziger von Nö! Das ist ein Grinziger! Das ist ein Grinziger von Nö! Ja, das hat er raus. Los mal lagst du daneben. Los, mach ein Stoff noch. Das ist leicht, das ist leicht. Ähm, 64. Ah ja, ja, stimmt. Es hat nicht so einen Ball. Hat er uns der Kind gezeigt, was er kann? Ja, das bin ich. Da kam genau die richtige Sprechstunde her. Ja, aber so meine Musik auf 6-3, das war ungünstig. Er wollte spielen, da kommt er nicht so einen Scheiß. Wenn ich jetzt nicht fragen, wie viel auf die Sicht wahrscheinlich. Ah, Quatsch. Ah, Quatsch.